Hallo ihr Lieben, hier meldet sich der Wojner von der Bandbreite und ich stehe gerade in unserem CD-Lager. Wie ihr unschwer kennen könnt, stapeln sich unsere CDs bis zur Decke, kein Wunder. Wir haben mittlerweile über sieben CD-Produktionen und da man bis so eine Pressung anläuft, immer sehr viele Exemplare pressen lassen muss, wird man die Dinger eben leider auch nicht immer so in Gänze los. Ganz im Gegenteil, super viele CDs liegen einfach hier in unserem Lager und verstauben. Nun, wir machen aufklärerische Musik und ich denke gerade junge Leute könnte das, was hier lagert, doch durchaus begeistern. Es ist moderne Hip-Hop-Musik und zwar mit politischen Inhalten, die den Menschen draußen eine Meinungsalternative bieten. Und unsere Frage war jetzt, wie bekommen wir diese Platten hier da draußen zu den Leuten? Nun, die Idee ist ganz einfach, wir machen ein Crowdfunding. Wir sind auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo jetzt präsent und haben die Idee gehabt, unsere CDs an Schülerinnen und Schüler aus dem Ruhrgebiet zu verschenken. Und da kommt ihr ins Spiel. So eine CD kostet natürlich Geld, doch wir sind bereit, vollkommen auf einen Gewinn zu verzichten und diese CDs an Schülerinnen und Schüler zu verschenken für den Produktionspreis von 5 Euro. Wenn man CDs produziert, dann kommt da die Pressung natürlich ins Spiel, die eine Menge Geld kostet. Die GEMA, die KSK hält die Hand auf, Fotos müssen gemacht werden, Fotoshootings, Videodrehs, das kostet alles Geld. Und wir wollen hieran diesmal überhaupt nichts verdienen. Wir wollen nur unseren Selbstkostenpreis haben. Ihr habt also die Möglichkeit, bei Indiegogo ab einem Betrag von 10 Euro mit einzusteigen und das würde in dem Fall bedeuten, wenn wir unser Crowdfunding-Ziel von 1000 Euro erreichen, dass wir für 5 Euro je CD eine CD an Schülerinnen und Schüler im Ruhrgebiet verschenken. Wir werden also an die Schulen fahren und natürlich auch versuchen, affine Jugendliche, die sich auch für das Thema interessieren, zu gewinnen, damit die CD nicht einfach nur so irgendjemand in den Brachen geworfen wird, der sich dafür gar nicht interessiert. Nein, wir wollen schon die Leute erreichen, die Politik sehr interessiert und die in unserem verödeten Mainstream leider viel zu wenig alternative Informationen geboten bekommen. Und da ist Musik doch eine wunderbare Sache, um für Aufklärung zu sorgen. Also, meldet euch auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo an, spendet einen Betrag und natürlich erwarten euch auch wieder wunderbare Dankeschöns und sorgt so dafür, dass diese CDs hier nicht in unserem Lager vor sich hin stauben müssen, sondern dass sie jungen Menschen zur Verfügung gestellt werden, deren Gehirne dann erstmal richtig anfangen zu rattern und dass ihr damit natürlich auch zu einer alternativen Meinungsbildung in unserer Gesellschaft anregt. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir sagen bis dann! Vielen Dank!